Langsam, weiter. Hallo, ich heiße Raphael, auch bekannt als Raphael123TV. Meine Partnerin, die das alles füllt, ist Sophia Schürst. Sie heißt auch Sophia, aber ihr Channel heißt Sophia Schürst. Also, weiter geht's. Langsam. Ja, bitte auch. Oh, das ist ein Tipp. Kinder sollten das bitte nicht nachmachen. Zu gefährlich. Das wäre ein zu gefährliches Risiko. Also, Kinder nicht nachmachen, wenn ihr dieses Video schaut.